Hi Leute! Willkommen auf unserem Kanal! Du hast schon alles weggearbeitet! Das bin ich überhaupt nicht! Okay? Hi Leute! Willkommen auf unserem Kanal! Und ja... Unsere Aktion geht hier gerade ein bisschen... Das schmeckt voll eklig! So, nachdem ihr jetzt schon diesen ganzen Bullshit gesehen habt, den wir schon veranstaltet haben mit diesem Helium... Ja... Wollen wir euch mal zeigen, oder eher, wie gesagt, erzählen, was wir denn hier so eigentlich vorhaben. Also... Ich komme aus Thüringen, Sie aus Nordrhein-Westfalen. Das ist Lisa. Das ist Lina. Das sind unsere Namen. So heißt jetzt auch unser Kanal. Das sind wir! Wir wollten noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Genau! Bei einem Schüleraustausch. Unsere Schulen sind nämlich Partner. Die sind so miteinander. Genau wie wir. Ja, genau wie wir jetzt. Und ja, damals war ich total aufgeregt, als ich das erste Mal zu dir gekommen bin. Weil ich keine Ahnung, was das hier für eine Spastel ist. Ja, danke. Aber Moment, da habe ich voll gemerkt, dass sie genauso tickt wie ich. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Genau, also ja, ich würde mal sagen, richtig unnötig eigentlich Köln-Thüringen-Austausch. Aber... Es ist überhaupt nicht unnötig. Ja, genau, weil wir uns kennengelernt haben. Dein Tunnel drückt gegen mein Ohr. Ja, ich habe leid, ich habe Tunnel. Bitte, schreibt in die Kommentare, ob ihr Tunnel antürnt oder abturnt findet. Meine Mutter hat gesagt, ich werde nie wieder einen Typen abtreten, weil das so abturnend ist, weil man einen Tunnel hat. Deshalb schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr vom Tunnel? Ja. Ja. Also, Videos, genau. Darum geht es ja eigentlich bei YouTube. Ja, wie schon gesagt, wir wohnen weit weg. Deswegen können wir nicht immer zusammen Videos machen. Nur in den Ferien, aber wir werden uns natürlich immer treffen. Ja, wir werden das zumindest versuchen, so oft wie es geht, uns zu treffen. Und damit es nicht ganz so langweilig wird und nicht so große Durststrecken dazwischen sind, werden wir uns wahrscheinlich auch mal taggen. Genau. Und dann laden wir auch mal einzelne Videos hoch, auch wenn es dann nicht so cool ist. Ach ja, und nochmal zu uns. Also, wir sind beide 16. Genau. Wir haben keine Ahnung vom Leben. Nein. Aber wir fühlen uns trotzdem cool. Oh ja, und wie. Wir fangen über uns selber lachen. Und haben Mut zur Hässlichkeit. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und über einen Appen würden wir uns natürlich sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Sehr, 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 sehr freuen. Ja. Ja. Also, tschüss und nü. Bye, bye. Bye. Bis. Und vergesst nicht den Kommentar mit den Tunneln. Ich möchte Recht haben. Ja. Ja. Also, denk dran. Schreibt einfach Hashtag abtörnt oder Hashtag antörnend. Und wir werten das mal aus. Oder Hashtag scheißegal. Ja, genau. Wir werten das dann einfach mal aus. Genau. Tschüss. 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 Wir kastrieren die Hello Kitty. Tschüss. Die Ausstattung von Erfurt. Ja, lass uns das auch machen. Wir machen auch nicht nur Challenges und wir machen auch nicht nur Lifestyle oder was weiß ich. Wir machen eigentlich alles so querbeet. Genau. Mädchen für alles. Genau. Und ja. Also. Also nicht für alles. Mit diesem Video wird uns niemand abonnieren. Nein, ich auch nicht. Vielleicht wird das auch kein Schwein kommentieren. Nein, vielleicht wird es niemand kommentieren. Weil jeder denkt, was ist das für Spaß? Wie werde ich es niemals abonnieren? Also wir kommen sehr gut im Kassel bei. Also nochmal im Einzelnen. Deswegen sind wir auch auf Facebook. Äh, YouTube. Deswegen sind wir auch auf YouTube. Ich glaube, das reicht jetzt nicht. Wenn euch das Video gefallen.